Guten Morgen allerseits, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Tipps der Woche und heute haben wir mal wieder einen Unternehmen aus den Magnificent Seven, die in letzter Zeit richtig richtig stark unterwegs sind. Microsoft mit neuem Rekordhoch und auch Meta-Plattforms. Das Unternehmen von Zuckerberg ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen und das ist für uns der Anlass hier ja ein Long-Produkt zu nehmen. Meta ist immer ein Kauf, hat ein ehemaliger Kollege gesagt und ja, es ist einfach so, wer die letzte Zeit hier vor allem in dem Bereich zugeschlagen hat, der kann sich jetzt schon wieder über 15, 16 Prozent Gewinn freuen und wenn wir diese Handelsspanne hier oben antragen, diese 70, 80 Dollar, dann kommt daraus das nächste Kursziel für die nächsten Wochen im Bereich 610, 620 Dollar. Und wie gesagt, deswegen ein Hebelprodukt und zwar die HD 2824, die dieser Turbo-Bull-Option-Schein, notiert bei 12,91, hat einen Hebel von 3,9 und den Stoppkurs, den platzieren wir bei 10,90 Euro. Ja, in der vergangenen Woche hatten wir mal ein eher unbekannteres Unternehmen mit Marsh McLennan, der weltweit führende Versicherungsmakler. Die Aktie hat sich ja doch leicht positiv entwickelt und wir schauen gleich mal auf den Schein, wie der performt hat und das sehen wir noch nicht so dynamisch, aber doch zumindest mal in die richtige Richtung. Und ich gehe mal davon aus, dass der Briefkurs auch eher im Bereich 6,15, 6,20 steht. Also wir sind da schon auf dem richtigen Weg und wir stehen kurz vor einem neuen Hoch. Deswegen bleiben Sie hier drin mit einem Stoppkurs von 5,30 Euro. Das war schon wieder kurz und schmerzlos. Ich wünsche Ihnen gute Kurse mit den Empfehlungen und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut! Bis zum nächsten Mal!